Guten Morgen am Montag. Es ist noch nicht mal 8 Uhr. Oh mein Gott, ich bin gestern, ich glaube ich lag um 12 Uhr im Bett. Mein Wecker klingelte um 7, weil der Fliesenleger ja jetzt gleich kommt. Und ich weiß, dass ich heute keinen Mittagsschlaf machen kann. Oh mein Gott, aber es war gestern sehr, 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 sehr schön. Genau. So. Ich werde jetzt noch frühstücken und dann kommt der Fliesenleger. Und in der Zeit, wo der halt hier ist, werde ich einfach arbeiten. Und dann setze ich mich nachher in den Zug und fahre nach Dresden zu meiner Kascha. Und wir verbringen den Tag in Dresden zusammen. Da freue ich mich schon sehr, 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 sehr drauf. Und euch nehme ich natürlich mit. Also der Fliesenleger ist schon wieder zu spät. So wie er auch beim ersten Termin zu spät war, als er hier halt war, um sich das alles auszumessen, vor drei Monaten. Da kam er, glaube ich, über eine Stunde zu spät. Das geht heute überhaupt nicht. Ich will heute noch weg. Der muss jetzt mal kommen. Also ich bin jetzt so wegen 10 Minuten, wegen 15 Minuten, sage ich nichts. Aber wenn er dann wieder eine Stunde zu spät kommt, das funktioniert halt einfach nicht. Ich meine, ja, ich bezahle den nicht, den bezahlt mein Vermieter, aber ich muss die Zeit hier sein, wo der hier ist. Also, hello. Also er ist bereits eine Dreiviertelstunde zu spät. Das geht gar nicht. Lasst mal, ich hätte auf den gewartet, um den um 8 hier reinzulassen und wäre dann aber losgemacht, weil ich einen Termin gehabt hätte. Das ist echt richtig, richtig, richtig doof. Und das muss ich dem dann auch sagen, weil er kommt ja jetzt ein paar Tage. Und so läuft das hier bei mir nicht. Ich bin voll angepisst. Nee, das geht echt nicht. Outfit des Tages ist folgendes. Also ich habe noch eine von diesen Blusongenjacken. Das ist so ein ganz, ganz tolles, helles Rosa. Das Top hier kennt ihr schon. Da drunter habe ich diesen Rock. Der ist nicht irgendwo gekauft. Also der Stoff ist gekauft und dann selber genäht von meiner Mama. Und dann wieder Leggings. Und diesmal Turnschuhe. Weil wir noch nicht so genau wissen, was wir in Dresden machen. Ich dachte, ich habe mich auf jeden Fall vorbereitet, um laufen zu können. Genau. So sieht das also heute aus. Ich werde mir jetzt schnell noch was zu essen machen. Ich habe gerade meinen Rucksack gepackt und dann werde ich auch losmachen. Wer zum Bahnhof fahren, in den Zug steigen und ich freue mich einfach so sehr. Ich freue mich so sehr. Die Farben steht mir einfach ab. Hahaha. Ich würde gerne dich chce. Ich würde gerne dich treffen, liebe Hannah. Ich würde gerne dich, ihre Lieben sch– Ich würde gerne dich mal einig. Ich würde gerne diesen Typen, die sounds so richtig schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich war gestern Abend einfach zu müde, um noch weiter zu vloggen. Aber dabei will ich noch was Wichtiges erzählen. Aber es war gestern so, 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 so schön. Es war vor allen Dingen so lecker. Aber ich habe so viele Stunden auch im Zug verbracht, dass ich dann einfach müde war und keinen Bock mehr hatte. Und als ich dann auch, also ich war dann noch wieder zu Hause ewig an meinem Handy. Und als ich das dann zur Seite gelegt habe, bin ich auch wirklich innerhalb von einer Sekunde eingeschlafen. Das war total krass. Und zwar, weil das thematisch von euch so ein bisschen angesprochen wurde. Und weil ich mich über das Thema in letzter Zeit sehr oft mit verschiedenen Menschen unterhalten habe, wollte ich das nochmal so ein bisschen aufgreifen. Und gerne auch eure Meinungen und Erfahrungen dazu hören. Und zwar geht es um meinen aktuellen Beziehungsstatus. Und ich muss sagen, ich war das letzte Mal Single vor acht Jahren. Und ich finde, da liegen Welten dazwischen. Also das, was ich heute über Männer weiß, hätte ich gerne damals gewusst. Aber dieses Ganze drumherum, also auch dieses Dating ist was ganz anderes. Es ist alles zum Teil auch komplizierter geworden. Jetzt ist mein Fliesenleger wieder da. Moment. So, ich habe jetzt mal kurz die Location gewechselt. Der Fliesenleger muss nicht erfahren, wie mein aktueller Beziehungsstatus ist. Also, ja, ich finde, es ist alles komplizierter geworden irgendwie. Aber auch anders. Früher war es halt so, weiß ich nicht, also jedenfalls war das bei mir so, du hast halt, ich sage mal, Interesse bekundet, hast dich dann so zwei, dreimal getroffen, hast dich geküsst, hast dir gesagt, dass man sich einander gut findet und war dann halt zusammen. Und so läuft das aber jetzt nicht mehr. Also jetzt ist das eine Geschichte von Monaten. Das, was sich früher innerhalb von ein paar Tagen oder so zwei, drei Wochen abgespielt hat, das zieht sich jetzt über Monate. Und ich finde es auch schwieriger geworden, Sachen zu definieren, weil es da einfach plötzlich so viel dazwischen gibt. Früher warst du zusammen oder du warst nicht zusammen. Also jedenfalls in meinem Fall. Ich hatte mit Anfang 20 keine Sexbeziehung oder so. Und jetzt gibt es einfach so viel dazwischen. Zwischen wir sind befreundet und wir haben eine Beziehung gibt es noch so viel anderes. Und ich finde es unglaublich schwer, einen Beziehungsstatus aktuell zu definieren. Möchte es auch gerade nicht tun. Also ich möchte auch, also ich bin in keiner festen Beziehung. Ich bin Single, wenn wir es darauf herunterbrechen. Es gibt natürlich jemanden, der vielleicht so die erste Geige spielt, aber nicht die einzige Geige spielt. Das ist auch für alle Beteiligten in Ordnung und gut. Also ich möchte dieses Single-Leben gerade auch gar nicht aufgeben. Weil wenn ich mir überlege, auf der Zugfahrt nach Dresden waren allein fünf Männer, wo ich so dachte. Und einfach diese Freiheit und dieses Wissen, du könntest, wenn du wolltest, finde ich gerade so spannend. Das möchte ich auch gerade nicht aufgeben. Das finde ich auch gut so. Andererseits sind wir Frauen natürlich auch immer so, oder ich, dass ich wissen möchte, woran bin ich denn? Wie sieht das denn beim anderen aus? Und Männer tun sich daher so, 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 so schwer. Also ich habe mir ein paar YouTube-Videos angeguckt und verstehe die männliche Psyche jetzt so ein bisschen besser. Also das ist wirklich gut, wenn man sich dann mal so ein bisschen beschäftigt, worüber sich Männer Sorgen machen, worüber die sich Gedanken machen, warum die so handeln, wie die handeln. Das ist wirklich mal ganz interessant und dann auch nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt zum Beispiel so ein Mensch, daran muss ich arbeiten, der ständig auch so eine Bestätigung sucht. So dieses, ja, es ist noch alles gut. Ja, es ist immer noch dasselbe Interesse. Ja, er findet dich immer noch toll und so. Und das ist, glaube ich, blöd. Also diese Bestätigung muss von dir selbst kommen. Also dieses Wissen, ich bin immer noch genauso sexy wie vor drei Wochen. Also es ist doch alles gut, so, ne? Und ich glaube, ich möchte auch für mich das Ganze so spannend halten. Also ich hatte mir irgendwann vor ein paar Wochen mal gesagt, also vor Herbst, Winter möchtest du eigentlich gar keine feste Beziehung mehr. Dann kommt wieder so die Kuschelzeit, dann ist das eigentlich ganz okay. Und bis Herbst, Winter ist ja auch noch einiges an Zeit, was jetzt so ins Land gehen kann. Und deswegen wird sich mein Beziehungsstatus von Single auf in einer Beziehung in den nächsten Wochen und Monaten auch nicht ändern. Und ich möchte mich auch gar nicht so auf diesen einen Mann jetzt fest einschießen, weil niemand von uns beiden weiß, in welche Richtung es geht. Wir sind offen dafür, wir verschließen uns nicht davor, aber du musst dich doch erstmal so kennenlernen. Und in unserem Alter, wir haben ja auch ein Leben rundherum und da ist ja schon einiges gesetzt. Und andererseits passiert vielleicht auch gerade super, super viel. Und dann gibt es da ja auch noch Kinder. Und dann sind wir hier in einer sehr, sehr kleinen Stadt. Und da musst du dir das echt gut überlegen. Also ihr wisst, mir ist das jetzt nicht so, aber da reicht es schon, wenn wir nebeneinander durch die Stadt laufen würden und wir wären garantiert schon zusammen und innerhalb von ein paar Stunden wirst du erst die halbe Stadt. Und sowas muss man sich halt echt überlegen und da muss man ein bisschen aufpassen. Und andererseits sehe ich alles auch immer als Chance und als Möglichkeit. Also wenn du Typen triffst, dich mit denen gut verstehst und dann auch seine Freunde kennenlernst, vielleicht ist dein Traummann gar nicht er, sondern sein Kumpel. Also ich sehe in jedem Augenblick auch die Möglichkeit und die Chance. Und ich möchte mich gerade nicht festlegen und er möchte sich gerade nicht festlegen. Wir verschließen uns nicht davor, wenn es passiert, dann passiert es. Aber aktuell ist das einfach auch nicht unser Ziel oder Sinn der Sache. Deswegen, ja, es gibt keine Definition dafür. Also ja, Beziehungsstatus wäre dann, wenn du es runterbrichst, Single. Aber das beschreibt nicht mehr annähernd das, was halt alles abgeht. Und das, was da halt so dazwischen liegt. Deswegen finde ich das gar nicht so einfach und kann euch da auch gar nicht immer so konsequent auch updaten. Auch weil ich halt für mich festgelegt habe, dass hier aus Instagram und überall, soweit es geht, rauszuhalten. Einfach, weil ich nicht einschätzen kann, was das eventuell für Folgen hätte und das muss ja dann einfach nicht sein. Ich möchte euch gerne so ein bisschen daran teilhaben lassen, logischerweise auch, was ich vielleicht wieder lerne oder nicht lerne. Ich würde euch gerne mal so zwei, drei YouTube-Kanäle unten in die Infobox setzen, wo ich so sage, ja, da habe ich wirklich was über Männer gelernt, wie Männer denken, wie Männer daten, wie Männer über Beziehungen denken. Das hat mir wirklich sehr geholfen, weil früher, als ich so, ich sage mal, noch Jungs gedatet habe, habe ich mich mit sowas überhaupt nicht auseinandergesetzt oder mich damit beschäftigt. Aber es ist halt einfach so, dass Männer und Frauen komplett unterschiedlich ticken und das wird mir eigentlich immer bewusster. Und da gibt es auch einige Videos, wo es dir so ein bisschen, halt es spannend, halt es spannend und das ist ja auch für dich gut, nicht nur für den, den du da erobern möchtest, sondern halt auch für dich. Halt das Leben spannend, setz dem nicht gleich wieder so Grenzen, das ist ja eigentlich eine ganz gute Sache. Und zum Abschluss des Videos würde ich mich echt sehr freuen, wenn ihr mir mal so ein bisschen von euren Erfahrungen erzählt. Datet ihr gerade? Wie war das, als ihr früher gedatet habt? Was habt ihr vielleicht so über Männer gelernt? Was nervt euch an Männern? Also was findet ihr an Männern unglaublich kompliziert? Weil ich persönlich finde Männer wesentlich komplizierter als uns Frauen. Das würden die natürlich wahrscheinlich anders sehen. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen im Vlog wieder. Da habe ich was ganz Cooles geplant. Da werdet ihr mir nämlich den ganzen Tag über auf Instagram Fragen stellen können, die ich dann in dem Vlog so über den Tag verteilt beantworten werde. Also bis dann!